Ich bin 23 Jahre alt, die Leute nennen mich JAB. Am September mache ich eine Weiterbildung als Techniker für Elektrotechnik. Ich bin hergekommen, um auch mal was zu versuchen. Ein bisschen Erfahrung zusammen hat mir gefallen und ich würde es gerne wieder tun. Ich bin sehr motiviert. Ich wohne hier in München. Passt, danke schön.